Sag mal, Thomas, hast du noch diese Dinger mit den Dingens drauf, oder was? Nee! Gut, dann versuch ich's nochmal hier. Ja, ich weiß es auch nicht, aber dieses Level ist echt verkackt zum Kotzen. Wieso hab ich kein Se... Wieso hab ich kein... Wo ist mein Middle-Way-Point? Und wo zum verschissenen Teufel ist mein Middle-Way-Point? Wollt ihr mich eigentlich... Ey. Einen größeren Scheiß hab ich ja lange nicht gesehen. Ich hole mir jetzt einfach den Pilz und schön mein Leben. Das Ding kommt wieder. Das, das... Das Ding kommt wieder. Oder? Oder? Noch sechs Leben bevor ich Game Over-Gear. Ich könnte kotzen. Dann muss ich den ganzen Scheiß nochmal spielen. Dab, konzentrier dich. Es ist doch nur noch dieses Level. Und da musst du noch den Boss meistern. Versteht ihr meine Verzweiflung? Ich denke schon. Meistern ist so ein Scheiß-Wort. Schaffen passt wohl besser. Das war ein lot of short. Ey, wie kann man so eine Scheiß... Das ist ja genau so Kaiser Mario... Kack, Mann. Kann man doch nicht so... Oh, Peter! Nein, Dolf... Dolf mir die... Hand an... Frank... Tausch... Am Apparat... Ich bin nicht betrunken... Ich bin... Ich bin... Ich bin gar nicht... Ich bin so... Ich hab ja kein Bock mehr auf dieses Spiel... Also, ich hab schon noch Bock... Aber nicht in diese Ausführung. Und nicht auf diese Art und Weise... Es ist nicht mein Arsch! Das ist nicht mein Arsch! Das ist nicht meine Art... Spiele zu spielen. Ich bin eher der... Der, der Durchhaltevermögen hat. Und kein... Reflex-Junkie. Das, was hier verlangt wird, ist ja echt zum Reulen. Scheiße, natürlich. Alter, 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 alter. Das ist verfickte Scheiße. Ich wurde nicht von dieser Spitze getroffen. Ich verlange eine Erklärung. Nintendo, du kriegst eine Anzeige. Nicht von mir, aber ich wollte es dir nur noch sagen. Alter, jetzt hab ich nicht meinen verkackten Pilz bekommen. Ach, es ist schrecklich. Es ist einfach schrecklich. Ich kann mich mit diesem Level nicht identifizieren. Ich checke es nicht. Es ist sauschwer. Und ich bin ein bisschen angefressen. Spiele sollten machbar sein. Und nicht so eine Kacke hier. Das macht doch keinen Spaß. Alter. Macht euch bestimmt Spaß, wenn ich hier im Verzweifeln bin. Aber mir macht das garantiert keinen Spaß. Und so schnell fasse ich dieses verkackte Scheißspiel nicht wieder. Ja, nochmal an. Wenn ihr mal anders das jetzt playt, schafft ihr es bestimmt gleich beim ersten Mal. Und ich mach mich hier voll zum Dorftrottel der Gesellschaft. Aber spielt ihr das mal beim ersten Mal durch. Und ohne Tricks. Oh, komm schon wieder. Oh, herrlich. Das Geräusch hat mir gefehlt. Das Geräusch hat mir jetzt echt den Kick gegeben. Und dann muss ich noch den Boss schaffen. Ich mein, wie soll ich den denn machen, ey? Und das hier hat auch nichts mehr mit Herausforderungen mehr zu tun. Das ist einfach den verfuckten Herstellern einfach so langweilig, dass sie so eine Scheiße hier einbauen mussten, ey. Das ist nicht mehr witzig, Mann. Das ist traurig. Leute, ihr müsst euren Fans doch auch mal was bieten. Du scheißt doch mal auf die Schwierigkeit. Ihr sollt mir einfach dieses Level hier nicht so verfickt nochmal schwer machen. Das ist doch kotze, yeah. Drei Versuche, sonst muss ich vier verfickte Level nochmal spielen, ey. Let me on my own. Tut mir leid, dass ich hier jetzt so aggro bin. Aber ich hab nun mal keine Lust mehr. Es ist kacke. Es ist einfach verflugte Scheiße. Ihr könnt mir alle einblasen. Ihr verfickte... Ich krieg gleich einen Kollaps, Mann. Fünf Uhr. Ich muss in sechs Stunden aufstehen. Und wenn ich jetzt auf und ausmache muss ich viel Level nochmal spielen. Deswegen muss ich es jetzt durchzocken oder es lassen. Sollte ich jetzt Game Over gehen, zöge ich den Rest morgen durch. Und dann auch mit besserer Laune. Aber. Eventuell schaffe ich es ja jetzt. Jetzt. Top konzentriert. Ich halte einmal die Schnauze. Ich bin jetzt wieder ruhig, bis ich das geschafft habe. Oh mein Gott. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Warum denn? Warum denn? Warum denn so eine Scheiße? Warum denn so eine Kacke hier? Warum denn? Und jetzt ist es auch noch ein Hammerbruder. Ich begreif's nicht. Besser als nichts. Wenn ich schon ein Leben habe, soll ich wenigstens hochspringen können. Wo bleibt das Ding denn? Kommt er nochmal runter? Oh nein. Nein, so eine Scheiße. So eine fucke, kackte Scheiße, ey. Nun mach ich nur. Ein Versuch war's wert. Okay, ein Leben. Ich darf. Ich darf einfach nicht Game Over. Warum denn? Let's playen ist scheiße. Oh mein Goosh. Nein, bitte. Oh. Mann. Es ist nicht euer. Es ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Ne. Also ich werde euch sagen, was ich jetzt machen werde. Ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann schauen wir mal. Ah. Ich mache euch PAGE patrimon separatoren. 잘못. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020